Und herzlich willkommen zum neuen Teil von Super Mario Fli D-Land. Ich bin Saison und ab geht's ins Geisterhaus. Welt 6, 3, rein geht's. Da hört man schon nicht ab. Was ist das denn? Hä? What the fuck ist das? Das habe ich noch nie im Leben gesehen, ehrlich jetzt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dieses komische Level hier mal gespielt habe. Das habe ich noch nie im Leben gesehen. Was ist das denn, das für ein Level? Kann man das irgendwie nicht überspringen? Es gibt da sogar drei Wege, was? Wie gehen wir am dritten? Aber das sieht voll nice aus. Ich glaube, hier ist es aber bloß... Hä, das sieht voll krass... Was? So ein cooles... Alter, was ist das denn für ein... Oh, hat noch gereicht. Okay, aber hier ist nur ein Starcoin. Ich schwirr mit! Was? Ja, aber wir versuchen natürlich, die Starcoin-Saur direkt mitzunehmen. Alter, was ist das denn für ein cooles Level? Komm schon her. Das war die letzte, okay. Dann gehen wir mal in den zweiten Block rein. Bitte was? Was? Was ist das? Wie soll ich denn jemals hier rauskommen? Oh Mann. Oh, äh... Ja! Jetzt ist die Frage, wo... Geht's hier... Ah, nee, da sind wir hier rausge... Jetzt ist sowas kaum komisch. Bringt nichts 2D ins Warnitz. Erstens seht ihr da nichts... Und... Mir klappt es auch nicht richtig. Was mach ich denn jetzt hier für eine Scheiße? Ich möchte gern... Ich lag hoch. Ey, das ist so ein komisches Level. Die Stelle ist ja komplett komisch. Oh Mann, wie kommen wir denn da wieder raus? Hier, oder was? Und jetzt hier! Oh nein! Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen, sozusagen. Ich komm hier nie wieder raus, Alter. Jetzt sei es auch bitte der Richtige. Puh. Dann geht's beim ersten nochmal weiter, oder was? Also es steht sogar auf dem Bild drauf, was es ist. Ich hab echt... Im Leben nicht so ein Level schon gesehen, Alter. Aber ich muss es ja irgendwann mal gespielt haben, oder nicht? Wenn ich das schon... Was? Wo ist denn dann das? Doch, ich glaub... Oh Mann, warum bin ich... Nee, hier nicht, oder? Geht's hier irgendwo weiter? Verpiss dich doch, Scheiß! Nee. Ich wollte ja eigentlich auch... Ein zweiter... War da nicht irgendwas? Weil da gab's doch noch die andere, wo wir noch nicht drin waren. Ja. Jetzt müssen wir die Scheiße hier nochmal machen. Oh, fast. Vielleicht wieder da rein. Da rein. Komm schon, das ist so komisch hier, das... Jetzt. Nein! Jetzt hab ich keine Ahnung, wo ist. Oder warte mal. Ich versteh's nicht. Gibt's hier irgendwo was? Nein. Moment, was passiert beim P-Knopf? Ja, so, Münzen, okay. Muss man die dazu sammeln? Alle... Weiß ich auch nicht. Sarkon! Oh Mann, nein! Können wir da nochmal drauf drücken? Nein. Warte, geht's da nochmal höher. Hä? Wo ist denn das Ziel? Wir können echt nicht die Sarkon erholen. Das ist echt nicht mehr weiter. Okay. Oder ging's da oben noch hier weiter vielleicht? Ja! Wir haben jetzt die erste vergessen. Ach, jetzt geht noch weiter mit solchen komischen Sachen hier. Oder? Ja, das kann ich mir lange dauern. Die Bücher gehen ja aus dem Regal raus. Und sich nur bestimmte. Das ist echt crazy. Was? Ach so, Münze. Nicht, wenn's jetzt irgendwo noch was gibt, wo man wieder ganz am Anfang rauskommt. Das wär jetzt scheiße. Hau ab! Warum ist da ein Stein im Weg? Mann! Jetzt kommen wir ins Ziel. Was ist das denn jetzt wieder? Ach, wieder so... So was. Ja, komm, schafft's. Was für ein crazy Level. Puh. Also das ist schon echt... Mal was anderes. Aber wir haben's hinter uns nicht ganz. Weil das Problem ist, wir müssen das Ganze nochmal machen wegen dieser einen Starcoin, die ich ja holen hätte, hätte holen können. Aber naja, jetzt wissen wir sowieso, wie sowas abgeht, deswegen... Ach so, wir haben noch mehr, wenn ich... Ja, komplett war... Mann, nee, wieso eigentlich? Wieso bin ich so blöd? Da hätte... Da wäre wahrscheinlich eine Starcoin dabei gewesen. Aber ich gehe an Gumbas kaputt. So, Welt 4... Äh, Welt 6... Level 4. So. Oh, das ist echt... Das hatte ich... Bei... Spezial gesehen. Da war es noch schlimmer, weil... Da war immer nur einer oben. Immer nur ein Block war da. Die anderen... Also... Weil da ist ja so, dass dann immer nacheinander der Nächste kommt und die anderen bleiben halt noch da. Da müssen wir hoch. Und bei dem... Ähm... Und Spezial ist es halt so, dass der immer nur einer... Das hab ich eigentlich gar nicht mehr geschafft. Aber hier hab ich, glaub ich, auch Ewigkeiten gebraucht dazu. Geh aus dem Weg! Dreck. Trottel da. Darum ist die zweite. Ist nicht so neu. Die Level sind beide... Schon ziemlich schwer gewesen. Schwer, glaub ich. Ansonsten... Ansonsten. Weiß jetzt nicht, ob ich das schaff, aber... Ich versuch... Ja doch, schaff ich. Super! Mario! Was geht jetzt? Ich bin ein bisschen langsam unterwegs. Hör auf! Das kann man doch gar nicht machen. Doch, kann man schon, aber... Da muss man auf dem Ding drauf landen. Ja, mit Tanuki Mario... Könnt's besser gehen. Den bekommen wir ja jetzt. Dann dürfen wir den eben nicht verlieren. Ja. 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 Haft raus! Wieso? Geh aus dem Weg! Was, eine Musik auch Ja, Regeln, das ist einfach so Easy PC Ja, doch nicht Geh aus dem Weg Geh aus dem Weg, habe ich gesagt Ich muss es noch mal machen, Mann Ja, müssen wir es halt noch mal machen Ich denke jetzt nicht, dass es so schlimm ist Es wäre natürlich schon scheiße, wenn wir jetzt nicht mal den Tanooki Mario bekommen würden Ey, wenn ich schon davon rede, dann schaffen wir es safe nicht Okay, doch War knapp Wir warten lieber noch mal eine Runde Was für eine Musik Sieh einfach so durchfliegen und fertig aus Geh aus dem Weg, habe ich gesagt Was macht der denn da für einen blöden Sprung, Alter? Was soll das? Oh, da musste ich jetzt so durch Ja, Mann Bam Nice Da würde ich sagen Das war's mit diesem Teil Ja, Mann Das war's mit dem Weg, der da für einen blöden Sprung, Alter Das war's mit dem Weg, der da für einen blöden Sprung, Alter